Musik Hoho! Hallo lieber Weihnachtsmann! Hi! Sag mal, hast du einen umweltfreundlichen Schlitten für meinen Knecht? Rufrecht? Ja, na klar. Ich zeig dir mal was. Komm mal mit. Okay. Boah, wie geil ist der denn? Das ist der neue Peugeot E208, voll elektrisch. Perfekt für deinen Knecht Rufrecht. Was müssen die Leute denn machen, um den Wagen zu gewinnen? Ihr müsst nur unseren Beitrag liken, unserer Facebook-Seite folgen und einmal schreiben, was ihr vorhabt mit dem Outro, mit dem Wochenende. Das klingt ja einfach. Die Radrohrgruppe wünscht Ihnen einen schönen dritten Advent. Und jetzt, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.